Hallo, bist du Therapeut und auf der Suche nach einem neuen Job? Dann bist du hier bei uns im Therapiezentrum in Osnabrück genau richtig. Ich zeige dir jetzt die Räumlichkeiten. Los geht's! Ob du Physiotherapeut, Ergotherapeut, Logopäde oder Podologe bist, für jeden Schwerpunkt haben wir einen passenden Raum für dich. Hier zum Beispiel siehst du den Raum für unser Laufbahntraining. Klassische Physiotherapie findet zum Beispiel in diesem Raum statt. Unser Team arbeitet auch interdisziplinär. In diesem Raum finden Kindertherapien statt. Aber für dich haben wir natürlich noch viele weitere räumliche Möglichkeiten. In unserem Trainingsraum treffen sich Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Sport- und Fitnesstherapeuten. Diesen Raum kannst du für Therapien nutzen, aber auch, um dich selber fit zu halten. Ein vielseitiges Angebot ermöglicht dir das Arbeiten 1 zu 1 oder in Gruppen. Team Moor besteht seit 30 Jahren. Wir sind ein offenes, bunt gemischtes, engagiertes Team. Über die Arbeit hinaus haben sich viele Freundschaften geschlossen und du kannst Teil davon sein. Unser Team wächst stetig. Wenn du noch jemanden kennst, der einen Job sucht, dann teile dieses Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass deinen Daumen oben und wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis bald! EIN DEN Untertitelung des ZDF, 2020